Die Möglichkeiten, die tiefsten Kräfte in uns zu finden, kommen, wenn das Leben am schwierigsten scheint. Die große Frage ist, ob du ein begeistertes Ja zu deinem Abenteuer sagen wirst. Joseph Campbell Den Bürgerpreis 2020 für besonderes Engagement erhält das Nachbarschaftsprojekt Hudi. Das Hudi drehte sich 2019 und 2020 um die praktische Frage, wie können wir dem Klimawandel in unserem direkten Umfeld entgegentreten. Hudi fand mit vielen Menschen gemeinsam im Dialog und in Aktionen Antworten, wie das möglich ist. Doch wie kam es dazu? Angefangen hat alles am Moldgeplatz in der List, dem Molle. Schön sanierte Altbauwohnungen gibt es dort in der Gegend. Nette Geschäfte, Kneipen, den Kinderspielplatz und natürlich die beiden beliebten Wochenmärkte. Auch Andrea Steckert liebt hier. Als sie von der geplanten Neugestaltung des Molle nach den üblichen Rezepten erfuhr, da kam ihr die Idee für ein ungewöhnliches Mitmachprojekt. Hallo zusammen, ich stehe hier heute auf dem Markt, Mittwochsmarkt vom Moldgeplatz in Hannover List und möchte euch gerne zum Hudi-Projekt, zum Hudi-Nachbarschaftsprojekt einladen, wo wir uns gemeinsam zusammentun, um zu überlegen und auch das in die Tat umzusetzen, wie wir klimaglücklich in dieser Nachbarschaft leben können. Ihr habt vielleicht diese Flyer hier schon gesehen, da sind mehr Informationen drin oder habt eventuell auch diese Einladung in eurem Briefkasten gehabt. Klimaglücklich leben. Das weckt in Neugier. Denn hinter diesem Motto steckt auch eine spannende Methode. Das Oasenspiel aus Brasilien. Ein leicht zugängliches, lebensfrohes Beteiligungsformat, in dem unterschiedliche Rollen eingenommen werden. Schritt für Schritt leitet das Spiel alle Mitspielenden durch mehrere Spielphasen. Von der Entwicklung gemeinsamer Träume, über deren praktische Umsetzung, bis hin zum Feiern der Erfolge. Eine Gruppe mit 20 KernspielerInnen bereitete das Kooperationsspiel zunächst sorgfältig vor. Ende August ging es dann richtig los. Gestartet wurde das Spiel mit der Suche nach Schönheiten in der Nachbarschaft. Das erfolgte in Duos, wobei wechselseitig eine Person die Augen verbunden hatte. Für sie hieß es, der führenden Person und dem eigenen Gefühl zu vertrauen. Sich mit allen Sinnen für neue Wahrnehmungen des Ortes zu öffnen. Die aufgespürten Kostbarkeiten der Umgebung und gemeinsame Erfahrungen inspirierten zu überraschenden Gesprächen. Plötzlich fühlte sich der Molle ganz anders an. Voller Anknüpfungspunkte für Neues. Die Äste eines Traumbau-Modells wurden mit Visionsblättern gefüllt. Gemeinsame Aktionsideen zum Stadtgärtnern, Lastenradbau, Klimadinner und vielem mehr entstanden. Sieben Tage später hieß es dann, Schwung holen, proaktiv auf weitere NachbarInnen zugehen. Gemeinsam fünf bis sechs der bereits über 70 Aktionsideen in die Tat umsetzen. Dies geschah mit insgesamt weit mehr als 100 NachbarInnen. Pflanzaktionen rund um Baumscheiben Den Bau eines eigenen Lastenrades, das geliehen werden kann und den Grundstein für die Lister Lastenrad-Initiative legte. Im Bereich Upcycling wurde 2019 neben Pflanzkästen, Insektenhotels und anderem auch eine mobile Inspirationsbank gebaut, die in 2020 zu einer Samentauschbörse erweitert wurde. Eine Bibliothek der Dinge wurde angedacht, Kooperationsgespräche mit anderen Initiativen in Hannover zu diesem Thema aufgenommen und erste Verleihaktionen gestartet. Bepflanzung eines Naschgartens zur Realisierung der Vision Essbare Stadt. Gemeinsame vegane Kochaktionen Selbstreflexion und intensiver Austausch über persönliche und gemeinsame Erkenntnisse, den Fortschritt und weitere Aktionen in den Dialogforen der Nachbarschaft. Gemütlicher Austausch zu klimafreundlichen Lebensweisen an langen Tischreihen und auf dem Moldgeplatz intensive Gespräche, inspirierende Live-Musik und Kleinkunst der NachbarInnen. Viele Talente wurden entdeckt. Getreu dem Motto Licht ins Dunkel, das auch im Rahmen einer Abendaktion mit Laternen und exklusiver Musikuntermalung auf dem Moldgeplatz stattfand. Aber natürlich auch inspirierende Gespräche und praktische Informationen zur Erleichterung des ökologischen Rucksacks und des CO2-Fußabdrucks. Das Hoodie-Oasenspiel 2019 war ein voller Erfolg. Seine Resultate erstaunlich und vielversprechend. Gleichzeitig spürten die Aktiven, wie durch gemeinsame Visionen ein neues Gefühl nachbarschaftlicher Verbundenheit aufkam. Freundschaften und Klimabündnisse entstanden. Rund um den Jahreswechsel nahmen die Aktionen und Planungen weiter Fahrt auf. Ein schönes Jahresprogramm 2020 wurde erstellt. Alle freuten sich aufs Frühjahr, wenn der Molle nun endlich vom Bauzaun befreit und voll bespielbar sein würde. Doch kaum war der Zaun abgebaut, machte sich ein Virus als Mitspieler breit. Es zog die Menschen in seinen Bann, legte das öffentliche Leben lahm, stellte auch Hoodie vor ungeahmte Herausforderungen. Er öffnete aber auch neue Chancen. Neue digitale Formen der Begegnung entwickelten sich. Nach kurzer Zeit zeigte sich Hoodie den Herausforderungen überwiegend gewachsen. Dialogforen und wöchentliche Aktionsgruppentreffs wurden umgestaltet und ins neu geschaffene Molle-Online-Café verlagert. Gemeinsam wurde digitales Neuland erschlossen. Parallel dazu fanden je nach Verordnungslage in kleinen Gruppen Freiluftaktivitäten statt. Persönliche Treffen zu zweit oder zu dritt bei Spaziergängen in der Natur unterstützten Reflexion und Austausch der Aktiven. So blieb das gerade erst entstandene Hoodie-Netzwerk lebendig. Die Lockerungsphase der Sommermonate 2020 wurde bestmöglich genutzt. Natürlich mit viel Aha und noch mehr Kreativität. Der geplante zweite Oasenspielzyklus wurde zu den Hoodie-Sommeraktionstagen mit Oasenspielelementen umgebaut. Die Zauberformel hieß, vielfältige Kleingruppenformate. Auf diese Weise konnten schöne Aktionen wie die Pflanzung eines Naschgartens zur Umsetzung der Vision essbarer Stadtteillist starten. Bis zu zehn Personen konnten jeweils zeitgleich aktiv sein. Für größere Versammlungen wie Freiluftkinos und Dialogforen gab es feste Plätze und handhabbare Personenanzahlen. Hoodie gelang es, kreativ mit den neuen Möglichkeiten zu arbeiten und Chancen zu nutzen. Erst stand dort der Bauzaun. Danach kam Corona. Und trotzdem fanden so viele Aktionen zum klimaglücklichen Leben statt, die eine aktive Gemeinschaft entstehen ließen. So ist es nicht ganz verwunderlich, dass Hoodie ausgezeichnet wurde. Die Preisverleihung würdigt das besondere Engagement der NachbarInnen. Gleichzeitig ist sie Ansporn für den sich gerade aus Hoodie heraus gründenden Verein Lister Nachbarschaft. Er will den Weg fortsetzen, bereits geplante Aktionen und bestehende Kooperationen weiter vorantreiben und weitere Ideen Wirklichkeit werden lassen. Die durch Hoodie begonnene Reise geht also auch nach 2020 weiter. Und das mit allen Sinnen. Hoodie, das heißt, viele Köpfe, Herzen und Hände arbeiten am und mit dem Ort zusammen. Mit all seinen Gegebenheiten. Es steht für Lernen, Erfahrungen sammeln und praktisches Mitgestalten im persönlichen und gemeinsamen Wandel. Hoodie, das heißt, viele Köpfe, Herzen und Hände arbeiten am besten. Das heißt, viele Köpfe, Herzen und Hände arbeiten am besten.